Schönen guten Tag, mein Name ist Chrisinger. Ich freue mich sehr, Mono Inc. TV ansagen zu dürfen. Die Folge weiß ich gerade nicht, aber Mono Inc. sind auf dem Hafenrock während des Hafengeburtstags mit dieser wunderschönen Aussicht hier. Es wird sensativ zu melden. Rock! Das ist Thorsten. Und Thorsten, was machst du hier? Ich mach so ein bisschen Sicherheit und pass auf euch auf. Ich wollte schon immer meinen eigenen Bodyguard haben. Nur für dich. Noch ein bisschen für die Männer. Du weißt auch, was schon wieder noch geht. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ist auch endlich aufgestanden. Ja, 21 Uhr 20. Ich hatte mich nur noch mal ein bisschen hingelegt, um meine Stimme ein bisschen zu schonen und um ein bisschen noch zu texten am neuen Album. Hallo. Schönen guten Abend. Ich habe hier Neuigkeiten. Okay. Sehr interessant. Bist du dabei? Ich bin noch nicht gefragt worden. Ich würde mich sehr freuen, natürlich. Ich glaube, ich bin dabei. Davon geht es schwer aus. Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Das kommt rein. Bodo ist in Maro. Ihr siebter, zwölfter. In der Markhalle. Sehr cool. Ihr Lieben, so sieht das nach einer Show aus. Und jetzt geht's ab ins Bett. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.